und wartest du da so? ja kurz Refreshen. Refreshen, Refreshen, ey. Das ist halt die Pussy Moves. Volle Munition, volle Skill. Volle Munition, der wird einfach weggebummst, der Typ, ey. Ja, alles klar. Ach, das ist der Boss. Oh, ne. Mit der Nahkampfwaffe. Der wird richtig ekelhaft werden. Ach, nee, doch nicht. Okay, das ist der. Kein Problem, ich mache ihn mit der Nachkampfwaffe jetzt kaputt. Ah, einmal den Hammer. Viel Spaß. Oh, wer dampft denn hier? Ich glaube, ich muss meinen Aschenbecher mal lernen. Habt ihr einfach, war es die Boss-Entryszene? Nö, ich hab dir ja gesehen. Was ist das? Ausgeglichen, kleiner Stricher, du. Holy, what? Okay, es geht nicht. Was denn, was? Was hast du denn mit dir gelaufen? Ich bin zu ihm gelaufen, aber wollte ihn hauen und dann bin ich runtergefallen. Ja, du machst das schon. My belief is strong in you. Oh Gott, ich hasse das, wenn er das macht. Ja, du bist doch passabel ausgewichen. Oh Gott, das war aber ein harter Treffer. What? Oh, geil, ich dachte nicht, dass ich jetzt schon wieder tot bin dadurch. Der kam unerwartet. Ja, aber er fällt erst mal in den Tod. Okay, zweiter Versuch. Zweiter Versuch, in den Tod zu fallen, ne? Der Hammer ist bereit, sag ich hier. So. Wo ist denn der? Ach, du bist doch gar nicht reingekommen. Wo ist die Kugel? Bist du schon dabei? Einer ist tot. Zwei sind tot. Oh, der schießt gleich zwei Kugeln, okay. Ja, wir sind, oh, ei, oh, hi. Oh, hi. Oh, er dreht. Kugelzer schreit rechts längs. Aber immer erst mal nachladen, ne? Was? Oh, fuck. Ich hab für die Nomade Waffe keine Muni mehr. Oh, ich hab für die Nomade Waffe keine Muni mehr. Da hab ich nicht drauf geachtet. Oh, ich hab für die Nomade Waffe keine Muni mehr. Oh, ich hab für die Nomade Waffe keine Muni mehr. Oh, ich hab für die Nomade Waffe keine Muni mehr. Fuck, komm schon. Au. Yes. hier schon mal hier die mcwili so letzter schuss wo nicht der strahl alter wobei der strahl ist eigentlich chillig dann kannst du sie ausweichen ja ich gehe einfach so weit weg dass er mich nicht treffen kann oder kommen noch mal zurück doch da ich habe noch genau ein schuss wo boy drop mal ein bisschen muni du sack gesicht ich nehme ein dragon hart ja auch gott er dreht ich brauche nur wieder ja ich habe gar nichts mehr und lass mich jetzt nicht sterben doch fuck 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 und eigentlich runterfallen bitte schön kaputt gemacht ja das ist uncool ja weil problem soll ich das machen ohne munition ich habe wirklich absolut nichts gehabt gerade holen doch kaputt auf ja man ausweichen warte kurz boom junge es gibt es richtig hier auf die fresse warte da ist munition ja könntest mich wie soll ich dich denn reviven die stehen hier um dich rum der eine ist doch schon tot der zweite ist auch tot ja jetzt kann ich die schon reviven oh warte oh gott so jetzt bin ich tot so wie geil aber ich habe jetzt den überlebenswillen ja die normale waffe reicht ja auch für sowas sehe ich eh nicht aber die eine kugel da ist scheiße der laser nein aber gegner ja vier schuss habe ich noch geil das macht's da vorne liegt noch muni ne ja schon ja schon scheiße nein Amunition, please. I need the ammunition, please. Krieg mal hin. Ja, sicher. Guck mal hier. Easy, boy. First try. Oh, ups, heiler. Wollsliber? Loll? Das habe ich aber das letzte Mal nicht gekriegt, als ich den gefeiert habe. Ja, kannst du mal sehen. Da ist es. Ja, Hoden. Oh, dann regeneriert sich live. Nein, Stamina Region. Enttäuschend. Ja, das finde ich auch. Naja, gut. Was war denn das hier? Oh. Ja, ich warte noch ein bisschen. Da ist man einfach im Bossen. Na, bis ich hier noch wieder Punkte verteile. Ich habe nur drei Stück. Das nutzt nicht. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen den Reload Speed gemacht, weil den brauche ich dringend. Vor allem, wenn ich mit der Sniper öfter kämpfen will. Ich brauche den dringend, mit einer Shotgun. Was, der den Reload Speed? Natürlich. Da gehen immer nur zwei Patronen rein. Soll ich nicht spoilern, was die Traits angeht oder nicht? Nö. Okay. Also zumindest für ein oder zwei, das meinte ich. Nö. Also, zwei Stück kriegst du richtig fies. Das kann man so nicht wissen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Such dir doch nach Informationen. Ja, ist okay. Ja, die Schnauze. Alles. Ich brauche alles, mein Freund. Ja, aber wir holen uns hier noch ein bisschen was von dem Shit. Ich habe den gerade gestreichelt. Ich finde das so geil. Wie geht das? Ich fände das, liebe Kröte, ey. Ich fände das so geil. So, jetzt gehen wir ein bisschen Rabatt hier. Habe ich kaputt gemacht. Wo hast du das Ding her? Haben wir doch gekriegt vom Boss. Echt? Ja. Kann sein. Ich dachte, das wäre der Dildo. Der Nachmittags-Dildo. Das war ein anderer Waffel. Waffel wäre jetzt geil. Ist das schön mit Eis? Und Zahne? Jetzt habe ich Lust auf Waffeln. Jetzt habe ich eben Lust auf Waffeln gemacht. Geil. Wollen wir eben upgraden? Waffen? Ja. Dann esse ich gleich eine Pizza. Jetzt macht der mir wieder Hunger auf Pizza, Alter. Tja. Wie du mir so nicht gehst. Ich waffel, ich will Pizza. Und ich esse Pizza. Na, jetzt gerade wohl eher weniger. Ja, jetzt nicht, aber bald. Wie gesagt, doch. Ja, bald ist so in zehn Tagen. Nee, bald ist in einer Stunde. Bist du sicher? Mhm. Nee, nee, glaube ich nicht. Mhm. Ah, schön, die Schmiede anzusehen. Oh, nice. Doppelläufig gestrubelt, Alter. Geschmiede, das Eis ist noch nicht viel. Ja, Mama, hier upgrade jetzt. So. Wir haben eine neue Waffe. Du musst, du musst, du musst, du musst. Mhm. Mhm. Was macht die? So. Ist das ein Sniper? Es ist ein Sniper, nice. Ist das denn, mal? Unterstützung. Beschwört einen Ausmerzer des Ödlands, der mit jedem Treffer fünf Schaden verursacht. Bleibt sechs Sekunden dann aktiv. Ein krasser Dude, ey. Oh Gott, ich brauch dafür noch mit nicht, Crystal. Was machen denn die anderen? Die machen mehr Springer, der Saat sind besser. Bis dann. Das ist jetzt auch aufgewertet. Ja. Also die Sniper, hast du jetzt auch geholt? Und ich kann die ja machen. Leu. Guck dir mal, wie die nachlädt, das ist voll geil. Warte kurz. Ne, warte. Warte. Nicht schlecht. Das ist geil, alter. Ich hab' eine neue Liebgeklappe. Hm, viel damit schmacht. Erfnis mit Scham. Nicht wirklich viel, aber egal. Aber der Skill dazu, finde ich geil. Ja gut, mit dem Ding ist natürlich nicht schlecht, ne? Was? Mit dem Skill? Mhm. Ja, das ist übelst geil. Ich kann eventuell ein paar Gegner freezen. Ja, ja, ich hab' die große Tome. Oh, die verkaufs-Luminitten-Kristalle? Ja, die willst wahrscheinlich alles zum Aufwerten verkaufen. Sobald du es brauchst. Mhm. Mal gucken, ob ich... Ne, Quatsch. Oder doch, ich kann die Waffe... Ich werd die Waffe nochmal auf. Das Problem ist, ich hab' auch kein Geld mehr. Echt? Ja. Und wie verkauft das nicht? Ich hab' noch 1000 Tome. Ich hab' gerade... Ja, ich hab' gerade auch Rüstung und so geupgradet. Yes, ich kann sie nochmal upgraden. Übrigens, was mir bei einem Let's Play aufgefallen ist, ne? Du hast die... Als du die Waffen aufgewertet hast, hast du gesagt, deine Waffe macht so und so viel Schaden jetzt, ne? Ja, ich hab da... Das war die... Die rechten Werte hast du gelesen. Ja, aber ich hab' später... Dann hättest du mal weitergucken müssen. Irgendwann hab' ich wieder einen richtigen Wert gesagt, weil mir das auch aufgefallen ist danach. Ja, ja, aber dritte. Ich fand' das witzig, als du es so gemacht hast. Aber ich hab' nichts gesagt. Das war'n Geheimnis. So. Ja, ich muss... Ein bisschen überhaupt hin, jetzt. Einfach den letzten Checkpoint. Okay. Wenn du schießt, dann wäre es auch oder dann lässt du es lieber? Nö, momentan auch nicht. Ich benutze mal. Ich will mal wissen, wie gut hier ist. Ich mag die Shotgun. Welche? Die neue? Also die andere Shotgun? Ich habe nur eine Schottkorn. Was die andere nicht gekauft? Ich habe nur eine Schottkorn. Ich kann keine andere kaufen. Ich habe nur die Doppelläufe geschoben. Leute, habe ich gekauft. Ach, nö. Jetzt wird es ekelhaft, Alter.